So, Moment, ich mach mal wieder die, ich hol die Fackel raus und ich mach mal einen auf Fackelmann. So, ich bin der Fackelträger, Shosh. Hipsterboy. Bin ich eigentlich immer noch der Hipsterboy, ja, ne? Ja, du bist ja nicht nochmal gestorben. Okay, hier ist Wasser. Wenn du was findest, was man nehmen kann, sei wahrscheinlich. Ja, befürchtet. Oh, hier ist ein Seil. Hier geht's hoch. Hier geht's in ein Loch runter. Und hier geht's... Wie viel Rüstung hast du noch? Wie viel Rüstung ich noch habe? Äh, null. Dann hol dir da mal was da. Also ein bisschen ist da noch gerade. Ja, Moment. Äh, Stock und Dings und... Moment. Bin ich das damit? Hast du noch einen Stein? Einen Stein? Ja. Ja, aber wahrscheinlich. Immer hier. Hier, hallo. Okay. Brauche ich gerade... Machen wir gerade mal zu Ende. Ja, bitte. Danke. Okay. So. Also, hier können wir... Das ist, glaube ich, einer dieser großen Unterwassertunnel. Ja, Moment. Ich mach gerade mal meine Fackel wieder an. Hier geht's ganz hoch. Ja. Ich habe gesehen, es gibt noch eine Abzweigung, die geht rechts hoch. Also, gehst du da jetzt hoch? Ich wollte nur gucken, was das hier ist, weil irgendwie ist das ja verbunden mit der. Du musst hier noch deine Knochen da holen, ne? Ach, verdammt. Ja. Sollen wir hier dann weitergehen, oder was? Ja, wir haben ja gesagt, äh... Das rechts. Immer rechts herum. Ich weiß, da ist noch ein Gang, den sind wir noch nicht gegangen, aber... Äh... Wo sind denn die Knochen? Ah, im Feuer. Da sind keine mehr, die sind despawned. Na toll. So ein Kackmist. So. Ich weiß, es gibt hier noch einen zweiten... Abweg, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal... ...den Weg, wo du stehst. Mhm. Ich meine, wenn wir von da aus, wenn wir irgendwo wieder rauskommen, kommen wir dann wieder runter und dann müssen wir ja irgendwann sowieso den kompletten Höhlenkomplex haben. Anders geht das ja nicht. Irgendwann mal, haben wir den wahrscheinlich. Deine Facke ist nicht an. Ja, ich weiß. Okay. Das schimmert mal jetzt. So. Wiii. Das schimmert hier so schön blöd. Koffer. Das ist ein Witton-Koffer sogar. Neues Outfit. Das ist ein Zettel. Hörst du mal auf damit? Das ist ein Zettel. Ein Bild von unserem Sohn. Tümmel. Der gerade dabei ist, entführt zu werden. Geht's hier lang? Ja, hier geht's auch noch lang. Was? Moment. Ich will ja nicht runter. Dann gehen wir hier weiter. Wir sind noch nicht rechts herum gegangen. Ich bin weit genug rechts rum. Ne, immer an der Wand entlang. Immer an der Wand entlang. Hier oben sind Sitze. Am Flugzeug. Und Alkohol. Und Leute. Und sind das Maler? Ja, Crayons. Hier liegen so Wachsmaler auf dem Boden. Achso. Kann man die nehmen, ne? Hier ist ganz viel Alkohol. Warte mal. Mach ich mir doch noch ein paar... Mollys? Ja, klar. Ach, Moment. Was? Sprengstoff kann ich mir mit Klebeband, Alkohol, Münzen... Moment. Klebeband, Alkohol, Münzen... Oh, ich hab Sprengstoff. Ja, und... Was brauch ich denn noch? Klebeband. Die Uhr. Du, ich könnte versuchen... Ich könnte hier gucken, ob wir das hier in die Luft jagen können, aber ich bin mir nicht sicher. Das hier glaube ich nicht. Oh, könnte sein. Meinst du? Ja, allerdings ich will den Sprengstoff jetzt auch nicht irgendwie... ...verschwenden. Hm. Und ich meine, normalerweise sollte... ...wenn ich mich nicht irre, wird dann so ein Zeichen angezeigt. Ja, das war bei dem, äh... ...da hinten so, ne? Andern zumindest so, ähm... Dann lass uns doch hier rechts gehen. Ja. Da, wo du nicht runterfallen wolltest. Jo, Moment. Ich... Ja, da kommen wir ja jetzt automatisch hin, ne? Jetzt sind wir nämlich hier links, links... Also immer rechts an der Wand... ...immer rechts an der Wand lang. Und dann kommen wir da hin, und dann können wir da runterrutschen, ne? So. Wo ging's hier runter, da? Oh, was ist das denn? Haarspray. Das ist doch schon was. Oh, hier sind lauter Hände. Und dann die Hände zum... Oh, ne neue Kassette. Kassette 4 gefunden. Yay. Ich kann nicht noch mehr Alkohol tragen. Ich auch nicht. So. Immer rechts entlang. La 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 la. Oh, meine Güte. So. Was mit deiner Güte? Ich musste meine Sitzposition etwas ändern. So. Penny, was machst du hier rum? Wo bist du überhaupt? Seh dich nicht. Wo bist du? Achter. Ich wollte Penny. Es steht hier irgendwo von meiner Tür maus. Ah, hier habt ihr sie hier. Hallo, mein Schatz. Moment. Ja, im Moment. Ach, hier sind wir wieder. Wir sind wieder in dem... Was? Moment. Bist du? Ah, ja, okay. Wir sind also im Prinzip so ein bisschen im Kreis gelaufen. Ja. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, immer rechts an der Wand lang. Dann kommen wir jetzt wieder hoch. Und dann kommen wir jetzt hier wieder raus. Aber hier... Waren wir hier oben jetzt schon überall? Ich bin mir nicht so hundertprozentig... Hier zum Beispiel. Ah, nee. Genau, da waren wir noch nicht. Doch, hier ist es mit den Händen. Okay. Dann waren wir hier. Na ja, gut, okay. Dann rechts an der Wand lang, ne? Wir gehen jetzt so lang rechts, bis wir wieder bei Klaus ankommen. Ähm, das wäre der ungünstigste Fall. Also, das wäre der ungünstige Fall. Aber... Also, theoretisch laufen wir so lange immer rechts an der Wand lang, bis wir wieder nach draußen kommen. Dann markieren wir was und ja. So. Geht's da hoch? Oh, hier geht's hoch. Na dann. Moment, auf die Karte gucken. Jo. Weiter im Text. Geh mal vor mit deiner Fackel da. Sieh sonst nicht viel. Hier geht es wieder runter. Ist das der Schlitz? Ich denke... Da kommt einer. Oh! Da kommt noch einer. Ja, ich bin so klug. Okay. Uiuiui. Ich hab's ihn sogar getroffen. Ja? Okay. Eigentlich wollte ich so Licht haben. Wo ist er denn? Weck ran. Da. Hä? Wo ist er denn hin? Kannst du mal nicht rückwärts laufen hier zu mir? Da. Ach, vermöbel ihn mit deinem Stock. Gut. Ich hau auf ihn ein mit dem Stock. Okay. Und jetzt haust du auf den Boden ein? Nö, auf die Koffer, die da liegen. Ach so. So. Och, hier sind ja überall noch Koffer. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob... ...oder wirklich hier. Irgendwie muss ich die Koffer aber selber kaputt machen. Hier ist auf jeden Fall ein Eingang. In dem waren wir auch noch nicht drin. Hast du ja den anderen Typ noch? Ich weiß nicht mehr, wo er war. Ich glaube, hier oben irgendwo... Da. Mhm. Ach. Toll. Ist mal wieder der ganze Stoff weg. Du hast doch hier welchen neuen, oder nicht? Ja. So. Ist noch mal Alkohol? Ja. Ja. Ich habe hier eben so ein... ...so ein komisches Ding zerstört. Moment. Ja, hier waren wir noch nicht in dem Gang. Wahrscheinlich, weil wir... Wie weit geht der denn rein? Kann sein, dass der lang ist. Moment, ich warte hier mal da drauf, dass die... Ja, ich glaube auch der ist etwas länger. So. Ich habe die... ...Knochen. Moment. Hier geradeaus geht es dann aber auch nochmal, oder? Krass. Geradeaus? Hier dann. Moment. Und... Hier sind Münzen und Geld. Moment, wo sind wir denn hier? Okay. Ist auf jeden Fall ganz viel Stoff zum Sammeln. Nein. Ach, geh doch an, nur Scheiß Taschen... Fenster. Ja. Hier geht es auch wieder lang. Hier geht es runter. Okay. Wer dafür will gucken, erst mal hier. Nochmal fertig. Geht es auch nochmal lang wieder? Jo. Hier ist noch... Hm. Okay. Also wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viel Stoff. Ja. Kann nie genug dabei sein. Na? So. Nee. Okay, das war es in dem Raum, ja? Jo. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Also, wir könnten entweder da unten, das wäre der unterste Gang. Das wäre ja sicherlich jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig verkehrt. So, Moment. Äh, ich mach mal wieder Licht an. Ich finde diese Karte übrigens unfassbar unübersichtlich. Ja, die Karte ist grausam. Hier. Also, wenn ich das so richtig sehe. Ist das hier... Wenn wir hier runter gehen, geht's... Also, weiter südlich nach unten geht's ja auf der Karte nicht, ne? Das heißt also, wir könnten hier entweder an ein Ende gelangen, an irgendwie... Moment, ähm, ich ess mal kurz was. Ah, weißt du was? Ich, ich sei mich einfach mal ab. Okay, wir müssten dann so langsam mal wieder irgendwo hin, wo es was zu trinken gibt. Ja, dem würde ich zustimmen. Es geht hier verdammt tief runter. Mhm. Mhm. Eee. Hm. Das ist das. Ah, hier liegen wieder irgendwie lauter Leichenteile rum. Ah, okay. So, neues Outfit. Videokassetten. Videokassetten? Dynamit. Ich will mehr nehmen. Oh, ich habe einen Pinsel gefunden und rote Farbe. Und hier ist ein Text, äh, hier ist ein Dokument. Ja, irgendwo ist mit einem Mann und einer Frau und einem Pinsel. Ja, okay. Da liegt noch was da oben. Jetzt habe ich rote Haut. Warte mal, was ist denn? Hier liegt die moderne Axt. Hier. Yay. Hier liegt so viel. Hier liegen so das. Trinken. Ach toll, jetzt habe ich schon mein Wasser getrunken. Wo ist denn die Axt? Ach, da. Hier ist nochmal Papier. Pfeile liegen ja auch ein paar. Ja, habe ich auch gemerkt. Ach, wie super. Das sagst du mir nicht. Was denn? Der Pfeile sind. Was war das? Mal gucken, ob hier was zum... Kaputt ist das. Oh, wie... Wie geil. Die moderne Axt. Wie, da hast du hier... Was? Hm. Du siehst echt schon schick aus. Moderne Axt. Was machst du? Ich hau mit der modernen Axt zu. Mhm. Der ich dann auch gleich mal ein paar Zähne verpasse. Ja, habe ich ja auch gerade gedacht. Ah, super. Willst du das Outfit dann nicht, was vor dir liebt? Das hast du weggeworfen und ich kann es nicht nehmen. Was habe ich das... Ach, ich wollte es anziehen und habe es aus Versehen. Wir können mal für unsere Axt da ausliegen. Super. Ach, ist das nicht schön. Hier ist doch nicht noch irgendwas versteckt oder so, ne? Nee. Ja, okay, dann. Wir müssen uns wieder hochgehen. Ach, guck mal. Hier hinten bei Notizen. Wir müssen kurz auf die Karte gucken. Ja. Das ist einmal das Bild von unserer Spinnenlady. Und auf der drittletzten Seite bei Notizen, wenn du das mit B das Buch öffnest, da ist das Dokument, was du eben gefunden hast. Alan Balm, Investigated, Homicide, Jessica Cross. Okay. Hier? Ja, ja. Nee, wenn du B drückst. Nein, der hat hier den Mord investigiert oder was? Keine Ahnung. Kann sein. Ich würde es jetzt nicht verneinen. Meine Güte, ist das viel Dynamit. Was kann ich mir jetzt gerade mal mit Seil basteln? Schneeschuhe. Hey, ich habe Schneeschuhe. Hauptsache, ich habe was. So. Hä? Ja, ich habe jetzt gerade mal einfach nur irgendwas mit Seil gebastelt, damit ich... So. Ein... Irgendwas habe. So, Stein... Ja, was denn noch? Fünf. Oh, Steinbeutel, nö. Ja, ich habe auch Schneeschuhe. Was kann ich denn mit Dynamit machen? Gute Frage. Schauen wir mal. Nichts kann ich mit Dynamit machen. Wo ist mein Dynamit? Ja, das ist unten... Das ist unten im Inventar, wenn du... Ach da. Neben dem, wo die Achse liegt. Ach so. Das kannst du aber nur werfen. Ach ja, nur... Medizin. Kann man mit der Batterie machen? Ah, Taschenlampe aufladen. Alles klar. Jo. Hier ist nochmal Medizin drin. Das nehme ich auch noch. So. Jetzt gucken wir mal auf der Karte. Ja gut, das hat sich ja gelohnt, sich hier hin abzuseilen, ne? Auf jeden Fall. Wenn wir hier ein Schild hinmachen oder so ein Standteil, dann nutzt das nix, ne? Ne, ich glaube nicht. Ne. Wofür nimmst du denn Medizin überhaupt? Bist du verletzt gewesen? Nö, aber ich könnte mich jetzt heilen. So. Und hoch. Okay. Wofür ist der Pinsel? Äh, den nimmt er sich, glaube ich, einfach nur und wenn du dann in die Farbe tunkst, kannst du dich rot anmalen. Ja, aber ich könnte mich noch vorher auch rot anmalen. Keine Ahnung. Du hast jetzt ein Pinsel. Ist der im Inventar? Ja. Ja, so wie der den angeguckt hat, denke ich schon, oder? Ich weiß es echt nicht. Also. Mit der modernen Axt kannst du super blocken, steht da. So, ich. Überlegt, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, die... Und die, ähm... Wer ist das? Schneller zu machen. So heißt das Wort. Jetzt wieder rechts, Walter? Immer rechts. Gibt hier noch was? So. Hier geht's wieder runter. Komm, man, ich hochgehe. Nein. Ich möchte aber heute irgendwann nochmal ins Bett. Äh, ja. Also so in echt, weißt du? Dann würde ich vorschlagen, dann bauen wir jetzt hier unser Lager auf, oder? Ich hab noch genügend Stöcke. Letter haben wir auch noch genug. Ach so. Das geht natürlich auch. Ach, guck mal, sind wir hier nicht einfach nur auf der anderen Seite von einem Schlitz? Ja. Sieht ein bisschen so aus. Ja, ich befürchte sogar, wir sind jetzt wieder zurückgelaufen. Ja, guck mal, Stiefel. Ja. Das heißt, hier hinter ist, äh... Ja. Herr Klaus. Herr Klaus. Ja. Ähm. Dementsprechend schlage ich vor. Wir bauen hier jetzt das Lager auf. Dann aber bitte, können wir nicht ein dauerhafteres nehmen? Den Jagdunterstand? Nee, den können wir hier nicht bauen. Wir haben hier keine Möglichkeit, was zu bauen, was dauerhafter ist, oder? Ja. Nee, Jagdunterstand können wir hier nicht bauen. Na gut. So, Moment. Was? Ach, du machst schon. Gut. So, speichern erst mal. Ja, und dann haben wir, dann haben wir ja gespeichert, ne? Schlafen müssen wir ja eigentlich nicht. Nee, schlafen müssen wir nicht. Wir müssen nur speichern. Ja. Ja, gut. Oh, okay. Höhlenerforschung ist ja eigentlich interessant, aber es ist total anstrengend und... Aber wir haben die Karte. Mhm. So, ähm. Dementsprechend würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. The Forest. Wir haben die moderne Axt. Juhu. Ja, findest du den Unterstand so interessant, dass du mit diesem Bild jetzt auffallen willst? Nö, ich gucke dich an. Da freue ich mich aber. Alles klar, bevor wir hier verhungern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns da, was ihr wollt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr... Wieder einschaltet, wenn es heißt, die Pummelrunde spielt. Irschuwas. Und jetzt Forest. Tschö. Bis bald. Tschüss. Tschö. ultur.